Die wenigsten wahrscheinlich, die wenigsten. Deswegen möchten wir jetzt, bevor wir nochmal für euch ein bisschen auf die Tumpe drücken, noch einen kleinen Applaus einfordern für die Mädels, die quasi vor uns hier die Bühne zu hervorragend rocken haben, euch gut unterhalten haben. Gebt noch einen Applaus für die Mädels. Und wir wissen ja auch, in jedem Mann steckt auch ein bisschen Frau drin. Also ich mag jetzt nicht die dummen Sprüche mit Bier sind weibliche Hormone, wenn du zu mir kriegst, kannst du nicht einpacken. Das ist alles Quatsch. Also ich kann auch mit ruhigem Gewissen sagen, dass in mir auch ein Stück Frau steckt. Obwohl ich ganz klein war, hat mein Vater immer gesagt, manchmal nervst du wie deine Mutter. Auf jeden Fall werden wir jetzt einen Song für euch singen von einer Girl Group. Und das war die Cordettes, das ist schon viele Jahre her. Trotzdem, wenn ihr den Song erkennt, singt ruhig mit, es würde uns freuen. Die Cordettes. Lonnie Pop. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020